Wir sind ganz stolz, dass wir das Gebäude heute eröffnen durften. Die Nachwuchsförderung, die Nachwuchsausbildung ist von herausragender Bedeutung für den VfL Wolfsburg, gehört zu unserer DNA. Von daher sind wir stolz heute, dass wir das Funktionsgebäude eröffnen können und gleichzeitig beides auch auf dem Gelände der Nachwuchsakademie haben und somit auch noch eine Synergie geschaffen haben, dass wir U23 und Nachwuchs beieinander haben und auch noch eine topmedizinische Betreuung. Das ist eine Riesensache, die die Jungs hier haben, wo wir den offiziellen Teil hatten im Kraftwerk, wo man natürlich unglaublich gute Möglichkeiten hat zu arbeiten, sich vorzubereiten aufs Training, für die Arbeit, wenn man verletzt ist im Rehabereich. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und auch wenn man dann sieht, dass auf den mehreren Etagen auch, wo dann die Leute alle sitzen, was alles gemacht wird, auch mit der VfL MED-Abteilung. Das ist natürlich eine super Sache und das entwickelt den VfL Wolfsburg einfach mal weiter. Ich glaube, dass es mit diesem Gebäude möglich sein wird, noch besser, noch gezielter Nachwuchsarbeit zu machen. Und das war eigentlich immer auch die Absicht des VfL, nachhaltig von der Jugend tollen Fußball aufzubauen hier in dieser Stadt und junge Menschen auch an die Bundesliga-Mannschaft heranzuführen. Und ich glaube, mit den Bedingungen, so wie ich sie jetzt hier gesehen habe, ist das natürlich noch besser möglich. Ein Stück weit neidisch bin ich schon, weil es einfach unglaublich gute Möglichkeiten sind. Und ich freue mich für jeden Einzelnen, der hier das erleben darf.